Im Januar 2024 habe ich von Hanya Janagihara Ein wenig Leben fertig gelesen. Jesus Christ, ein krasses Buch. Außerdem habe ich Atme von Judith Märchand gelesen, das ich viel besser oder etwa gar nicht mal so gut wie Schweig von Judith Märchand fand. Um die richtige Antwort zu hören, bleibt gerne dran. Außer ihr habt das Buch schon gelesen, also wisst ihr die Antwort wahrscheinlich schon. Und ich lese aktuell die geheime Geschichte, bin allerdings noch relativ am Anfang. Aber auch hierüber rede ich ein bisschen. Ich lese zudem gerade zwei große Horrorklassiker, die ich bei mir rumliegen habe. Immer mal so wieder so an einem freien Abend im schaurigen Kerzenschein. Ja, Leute, mein Name ist Tim. Ich rede hier über alles über Bücher, Geschichten, was das Leseherz begehrt. Wenn euch das alles interessiert, unter anderem die Bücher, die ich gerade erwähnt habe, dann bleibt gerne dran. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Ich fange an mit ein wenig Leben, was ich schon im letzten Lesemonat vom 23, vom Dezember besprochen habe. Und ja, ich habe es jetzt beendet. Ich war im letzten Lesemonat noch irgendwie ungefähr kurz vor der Hälfte. Und jetzt habe ich es auch schon beendet. Und Leute, ich kann mich nur wiederholen. Ich kann mich nur wiederholen. Wenn ihr mich fragen würdet, worum geht es in dem Buch? Jesus, es geht um nichts und gleichzeitig alles. Wir haben keine große Rettung der Welt oder sowas. Wir haben einfach nur vier Freunde im Zentrum. Jude, St. Francis, der einfach die tragischste Vergangenheit hat, die man sich nur vorstellen kann. Wir begleiten diese Freunde über viele, viele Jahre und Jahrzehnte hinweg. Und vor allem halt Jude, wie er immer noch auch als Erwachsener mit diesen Geschehnissen seiner Kindheit zu kämpfen hat, wie er mit dem Leben zu kämpfen hat, wie er mit seinen Gefühlen, seinen Gedanken zu kämpfen hat, mit alltäglichen Dingen. Es passieren so viele schreckliche Dinge in diesem Buch. Es passieren aber auch gleichzeitig so viele schöne und gute und herzerwärmende Dinge. Deswegen ist es so schräg, es klingt, wenn man über manche Dinge nachdenkt, irgendwie gar nicht mal wirklich lebensverneinend oder so. Es ist gar nicht so deprimierend, wie es sein könnte. Es ist gleichzeitig trotzdem irgendwie lebensbejahend. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen zynisch klingt, weil es passieren wirklich viele schreckliche Dinge. Dieser Typ, der leidet extremst und auch viele der schönen Situationen, die eben passieren, werden davon irgendwie gedämpft, dass er das gar nicht so richtig genießen kann, dass er gar nicht so richtig damit umgehen kann. Das merkst du schon, also der Typ hat krasse Selbstzweifel, der hat ein krass schlechtes Bild von sich selbst, dass er all das, was passiert, irgendwie nicht verdient hat und so. Das merkst du schon am Schreibstil, dass einfach die ganze Zeit nur, selbst der Erzähler sagt nur er. Also wenn wir in der Sicht von Jude sind, dann steht da niemals sagte Jude, sondern immer nur sagte er. So in wörtlicher Rede wird der Name natürlich benutzt, aber der Erzähler würde niemals Jude sagen. Jude tat dies, sondern er tat dies. Das macht es zum Lesen immer ein bisschen schwieriger manchmal, weil man dann gar nicht checkt, warte mal, wer ist jetzt er, in welchem Kopf sind wir gerade, wo sind wir gerade. Aber es unterstützt halt gleichzeitig auch so ein bisschen diesen Punkt, dass er selbst von sich selbst halt auch nur als er denkt. Er ist nicht Jude oder so, er ist einfach nur er. Und das ist echt crazy. Aber ja, ich weiß nicht, es ist ein Buch, bei dem ich sehr viel weinen musste. Ich hatte extremst viele, also ich habe wirklich so viel geweint bei diesem Buch. Und es war oft nicht einfach nur diese Tränchen in den Augen, die man öfter mal beim Lesen hatte, sondern so richtig, so richtig geschluchzt dann und so, dass man richtig weinen musste. Und das habe ich auch echt selten bei einem Buch gehabt. Und das Ende, Leute, ich sage natürlich nicht, was das Ende war, aber das Ende, Jesus Christ, boah. Ey, ich musste einfach nur noch weinen. Aber ich sage es mal so, dieses Weinen, das hat sich jedes Mal irgendwie gut angefühlt. Und ich finde jedes Mal, also generell bei Büchern, wenn ich weinen muss, ist es so ein schönes Gefühl, weil man merkt, hey, krass, ich habe hier gerade Gefühle, die durch dieses Buch ausgelöst werden, was ich niemals gedacht hätte. Und das ist irgendwie total ein schönes Gefühl. Und bei diesem Buch, wo das eigentlich meistens Tränen der Trauer oder der Verzweiflung sind, ist es irgendwie jedes Mal so ein befreiendes Gefühl. Und ich glaube, dass es auch so den Charakteren in dem Buch geht. Also meistens, wenn ich beim Lesen geweint habe, habe ich quasi mit den Figuren mitgeweint. Und ich glaube, den Figuren ging es ähnlich, dass sie verstanden haben, hey, das ist alles eine Riesenscheiße, was hier ist und das ist ein Riesenabfack. Aber dieses gemeinsame Weinen, vor allem gemeinsames Weinen, hat halt irgendwie so eine befreiende Art. Und das, ich glaube, das ist so eine der Lehren dieses Buches. Hey, das Leben ist manchmal echt scheiße. Wir haben manchmal einfach nur ein wenig Leben. Es ist einfach nur ein wenig Leben manchmal. Aber dieses ein wenig Leben kann so groß und viel und schwer sein und schwierig, dass es super, super ätzend ist und schwierig und anstrengend. Aber solange man gemeinsam weinen kann, ist es schon ein bisschen weniger schlimm vielleicht. Und das finde ich, das ist dieses ein bisschen Lebensbejahende tatsächlich, was ich an diesem Buch habe. Deswegen, ey, Wahnsinn, dieses Buch hat mich total mitgenommen. Ich habe im Dezember gesagt, auch wenn ich es noch nicht beendet hatte, das ist mein Lesehighlight 2023. Ich stehe dazu, ich stehe dazu immer noch. Ich bin mal gespannt, ob ich das am Ende von diesem Jahr immer noch sage. Weil ich habe gesagt, eigentlich kann man das erst küren, wenn man sagt, hey, es ist schon lange her, dass ich es gelesen habe und ich habe es immer noch krass im Kopf. Eine Kollegin von mir auf der Arbeit, witzigerweise, die hat gesagt, sie hat es damals gelesen, als es rauskam. Ich glaube, das war 2015 oder so. Und sie denkt heute noch manchmal darüber nach. Ich bin mal gespannt, ob das bei mir dann auch der Fall sein wird. Ich kann es mir gut vorstellen, weil es wirklich, es ist wirklich krank. Es ist ein wirklich krasses Buch, das einen psychisch so krass mitnimmt, so sehr zum Nachdenken anregt. Es ist ein Kunstwerk. Es werden so viele Szenen gezeigt, die einfach so künstlerisch sind. Es ist so ein poetischer Schreibstil teilweise. Ich wollte jetzt noch auf eine Sache eingehen, weil ich irgendwie hatte gemeint, es wäre dieser Person zu krass, also zu unrealistisch teilweise auch, was dieser Person alles passiert ist. Sie meinte, ja, das ist alles zu unwahrscheinlich. Es ist viel zu übertrieben. Und ich sage, das kann ich nicht einschätzen. Das kann ich nicht einschätzen, wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich solche Vergangenheiten sind, weil du kannst nicht von allen Menschen die Vergangenheit scannen und wissen, was dieser Person widerfahren ist. Aber darum geht es auch in dem Buch gar nicht. Darum geht es nicht. Meine Fresse. Also wir lesen ja auch keinen Psychothriller und sagen, boah, wie unwahrscheinlich, dass das passiert. Darum geht es nicht. Hier in dem Buch passiert es halt. Und darum geht es. Hier passiert es. Und es geht darum, welche Auswirkungen es hat. Und wie einen das mitnimmt. Und es wird ja nicht gesagt so, hey Leute, schaut mal, sowas passiert jeden Tag jedem Menschen. Das wird ja nicht gesagt. Es wird gesagt, hier, dieser Person passiert es. Und es ist echt schrecklich. Und die anderen sind jetzt egal, ob es jetzt jeder zweiten Person passiert oder nicht. Es spielt keine Rolle. Aber dieser Person passiert es. Und das nimmt einen schon mit. Empfehlung für dieses Buch. Geht definitiv raus. Aber macht euch darauf gefasst, dass es harter Tobak ist. So, Leute, mein zweites Buch, was ich dieses Jahr, diesen Monat gelesen habe, war Atme von Judith Märchand, die auch schon Schweig geschrieben hat, über die ich, glaube ich, auch im Dezember oder im November geredet habe. Oder beides. Ich glaube, ich habe in beiden Monaten drüber geredet. Ja, das ist auch von der. Und ich habe ja Schweig noch so ultra gut gefunden. Ich habe bei Schweig gesagt, das ist wirklich ein Thriller, der mal aus der Menge der Thriller heraussteht. Der sich auszeichnet durch dieses Kammerspiel, der es ist. Und durch diese krasse Dynamik zwischen diesen zwei Hauptfiguren. Wir haben eigentlich nur die zwei Figuren, deren Standpunkte wir geschildert kriegen, die miteinander reden und komplett gegensätzlich wirken. Und je nachdem, in welchem Kopf von den beiden du bist, glaubst du der jeweils anderen Person eben nicht. So, und das ist so gut gemacht gewesen. Es hat richtig Spaß gemacht, das zu lesen. Das war wirklich toll. Also, hier in diesem Fall reiht es sich so gut in diese riesigen Haufen von Psychothrillern à la Sebastian Fitzek ein. Ich weiß gar nicht, was ich groß dazu sagen soll. Es ist, wir haben eine Frau, Niele, nicht Nele, die beim Einkaufen im Kleidungsgeschäft ihren Mann verliert. Und sie ist halt kurz in der Umkleidekabine. Fünf Minuten, schaut wieder raus und er ist weg. Ja, das ist halt so eine Ausgangssituation, wie man sie halt oft gesehen hat. Also, ich will aber nicht sagen, diese Situation, aber verstehe ich, wie ich meine. Es ist halt so eine Alltagssituation und dann, oh mein Gott, etwas scheinbar Unerklärliches passiert. So, hä, wo soll dieser Ehemann plötzlich hin sein? Oder Freund, Lebenspartner, nicht Ehemann. Wo soll dieser Typ hin sein? Was ist mit dem passiert? Das kann ja alles nicht wahr sein. Und jetzt denkt man halt, ja, was ist los mit ihr? Spinn sie vielleicht? Ist sie verrückt? Gab es den Typ vielleicht gar nicht? Ja, okay, doch, die Verkäuferin, die hat den auch gesehen. Ja, okay. Aber, hä, hä, ich habe es gelesen so. Und ja, natürlich liest man das schnell weg. Natürlich ist es unterhaltsam so. Ja, so ist es halt. Aber ich finde das nicht mehr beeindruckend. Ich habe sowas schon oft gelesen. So, wenn ich das jetzt, wenn ich noch nie einen Psychothruder gelesen hätte und dann lese ich den hier, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ja, voll geil. So wie es bei Sebastian Fitzek auch war. Der erste, den ich von ihm gelesen habe, fand ich auch super geil. Weil ich davon geflasht war, wie so ein Buch mit meiner Psyche und meiner Wahrnehmung spielen kann. Und wie es mich in den Bann ziehen kann mit dieser Verwirrung. Und dass es mich in diesem einen Moment das glauben lässt und im anderen Moment das glauben lässt. Und dann hier und da und tralala und boom. Aber wenn ich das halt zum 50.000. Mal lese, dann denke ich mir jedes Mal so, ja, okay, ich habe es verstanden. Ja, ich habe es verstanden. So, ich werde an der Nase rumgeführt. Okay, so toll. Dann hat es halt keinen besonders tollen Charakter jetzt. So, ja, okay, wir haben Nele, die halt immer für Nele gehalten wird. Was ich auch schon für total bescheuert hielt, weil das, was sie an ihrem Freund Ben so sehr liebt, ist, dass er der erste Mensch in ihrem Leben war, der sie nicht Nele genannt hat, sondern direkt gecheckt hat, dass sie Nele heißt. Und alle anderen Menschen waren immer so, ah, Nele, ah ja, hallo Nele. Und sie immer so, nein, nein, Nele. Und alle so, ja, ja, ich habe schon verstanden, Nele. Und sie so, nein, Nele. Und sie so, ja, ja, ich sage doch Nele. So, und ich denke mir so, wie, was für ein Scheiß, als ob das jetzt so ähnlich klingt. So, mein Gott, also, wenn jetzt jemand Nele sagt, dann hört man das doch raus. So, als ob dieser eine Typ, der erste Mensch in ihrem 30-jährigen Leben oder Mitte 30, ich weiß ja nicht, wie alt sie ist, der das checkt, so. Das ist total bescheuert. Und das ist so der Grund, warum sie so fasziniert von ihm ist, warum sie so verliebt ist in ihn. Er war der Erste, der ihren Namen richtig ausgesprochen hat. Und das ist halt so keine besondere Charaktereigenschaft, so sage ich mal. Aber das ist so alles, was mir von ihr im Kopf geblieben ist, dass sie halt verknallt ist in Ben, weil er ihren Namen richtig aussprechen kann. Jesus, wow, müsste ich mich in viele Leute verlieben, wenn es danach ginge, ob sie meinen Namen richtig aussprechen. Jesus. Okay, ja, also, es ist wirklich, ich sage mal so, das Ende habe ich jetzt nicht direkt vorhergesehen, aber, also, das sage ich jetzt deswegen dazu, weil ich am Anfang mal gesagt habe, so auf Instagram so, Leute, kann das sein, dass ich das Ende jetzt schon vorhersehe. Ich habe es nicht konkret vorhergesehen und scheiße, meine Cam da drüben ist ausgegangen. Na super. Ich habe es nicht direkt vorhergesehen, konkret so, aber es ist halt kein Ende, was mich jetzt total geflasht hat, weil mir schon klar war, dass es irgendwie so was in der Art sein wird. Dann zwischendurch, so kurz vorm Ende, gab es mal so dieses, dieses Ding mit dem, ja, wir denken, das ist das Ende und dann merken wir, oh, ah ja, das war, das hat sie sich gerade nur vorgestellt, wie das jetzt ausgehen wird. In Wirklichkeit ist das noch gar nicht passiert. Oh mein Gott. Sowas haben wir auch noch nie erlebt und es ist wirklich gar nicht ausgelutscht. Nein, überhaupt nicht. Also, es ist mir ein Rätsel, es ist wirklich traurig, es ist wirklich schade. Also, ich sag mal so, ich hab ja vorhin schon gesagt, es ist natürlich unterhaltsam, man liest es natürlich irgendwie schnell weg, aber es beeindruckt mich nicht. Es ist etwas, was ich jetzt schon halber wieder vergessen habe und wahrscheinlich in zwei Wochen komplett vergessen habe, wo ich niemandem irgendwie sagen werde, boah, hey, wenn du mal ein beeindruckendes Buch lesen willst, dann das hier. Aber ich weiß auch, dass es viele Leute gibt, denen das nicht so wichtig ist, die halt sagen, hey, sowas lese ich gerne, die auch den 50. Sebastian Fitzek gerne lesen so. Hey, ist ja völlig fein, ist ja voll okay, wenn euch das Spaß macht so, dann macht es und dann kann ich euch den hier möglicherweise auch gut empfehlen, weil, ja, da wird euch wahrscheinlich Spaß machen. Aber wenn ihr nach was ähnlichem wie Schweig von Judith Merchant sucht, dann werdet ihr das hier vermutlich meiner Meinung nach eher nicht finden. Und das ist ein bisschen schade. Ich muss mal recherchieren, ich weiß gar nicht, ob sie noch mehr geschrieben hat, ob das ihre einzigen zwei Bücher bisher sind. Mal schauen, ob sie mal noch mehr eher so in Richtung von Schweig schreibt, das wäre cool. Jo, das wären auch tatsächlich schon alle Bücher, die ich in diesem Monat komplett durchgelesen habe. Es gibt jetzt noch drei Bücher, die angebrochen sind, nicht abgebrochen, die ich auf jeden Fall noch weiterlebe, also angebrochen, die ich erst angefangen habe. Wir haben hier diese unglaublich coole Frankenstein-Ausgabe. Schaut mal auf Instagram, da habe ich mal so einen Post mit so coolen Shots von dem ganzen Buch, von innen und so gemacht. Das sieht richtig cool aus. Das ist einfach cool. Das habe ich im Buchladen gesehen und gedacht, boah, Jesus, das brauche ich. Ich habe es dann auch nochmal angefangen zu lesen. Ich habe das Ganze vor zwei Jahren schon mal gelesen. Es ist jetzt nicht so ein Hauptbuch, was ich angefangen habe zu lesen und jetzt lese ich nur das. Es ist so etwas, wo ich sage, das lese ich auch nicht unterwegs. Ich würde das Buch auch niemals unterwegs mitnehmen. Das ist so etwas, wo ich manchmal, wenn ich abends mal einen freien Abend habe, allein zu Hause sitze, dann lese ich mal ein bisschen da drin. Letztens, muss gar nicht alleine sein, letztens war ich mit einem Freund hier und dann habe ich meine Stunde lang habe ich so dieses Buch vorgelesen und er saß daneben und hat so gezeichnet. Und hey, das war mega geil. Wir haben das Licht so ein bisschen angepasst, so ein bisschen düsterer und das ist so etwas, was man so atmosphärisch lesen kann. Und dann ist es richtig cool. Ey, ich finde auch nochmal diese Geschichte tatsächlich ziemlich cool. Ich fand die damals auch schon, als ich es zum ersten Mal gelesen habe, echt gut. Ich habe auch da ein Video damals zugemacht, hier mal verlinkt. Ich fand es sehr viel besser als Dracula, by the way. Und jetzt finde ich es, glaube ich, nochmal besser. Also, vor allem, wenn man es halt so in dieser Atmosphäre liest, so abends, so das ein bisschen zelebrieren. Das ist richtig cool. Ein anderes Buch, womit ich ähnlich vorgehe jetzt wie mit Frankenstein, ist auch wieder so eine besondere Ausgabe von Edgar Allan Poe, Kurzgeschichten. Ich muss es mal so halten, dass man die Schrift gut sehen kann. Die ist nämlich so schwarz auf rot im Untergrund und wenn das Licht blöd ist, dann kann man das gar nicht richtig erkennen. Aber es ist so in so einem, ja, in so einem richtig schönen Einband. Ich glaube, wenn ich das mal durchgelesen habe, mache ich da auch mal, oder muss ich vielleicht gar nicht durchlesen, mache ich auch mal so einen Post auf Instagram und was klingelt hier für ein Wecker? Mensch. Okay. Ja, ist auf jeden Fall richtig schön und von Poe kenne ich noch gar nicht so viel. Also, hier, die Maske des roten Todes habe ich mal gehört und das Haus, der Fall des Hauses Ascher sozusagen oder der Untergang des Hauses Ascher, das hatte ich auch mal, glaube ich, gehört. Und hier, die beiden Geschichten sind tatsächlich hier auch drin. Ich weiß jetzt nicht, also, was ich gelesen habe bisher war Schweigen, Ligeia, Der Teufel im Glockenstuhl, Der Untergang des Hauses Ascher und William Wilson. Das sind die ersten fünf Geschichten und die habe ich alle schon gelesen und die haben alle was. Also, Poe ist schon krass. Also, der macht schon eine schaurige Atmosphäre. Es ist immer ein bisschen weird. Also, vor allem Der Teufel im Glockenstuhl. Die Geschichte war sehr weird. Aber auch schon, also, es ist immer so, ich sage mal so, was heißt schon Horror oder Grusel? Aber es ist schon so schaurig und, uh, also, ich weiß nicht, es ist so, gar nicht mal so klassisch, aber es ist so, ganz, auf so eine weirde Weise immer gruselig, sage ich mal. So eine ganz seltsame Weise. Was ich allerdings immer ein bisschen schwierig finde, ist der Schreibstil. Also, ich mag die Sprache an sich. Ich mag die Sprache, wie er so schreibt, aber da muss man sich natürlich konzentrieren, weil es teilweise lange Sätze sind. Aber was ich nicht so cool finde, ist, es ist quasi nie wörtliche Rede. Er schildert so mehr oder weniger. Das ist ein bisschen schwieriger zu lesen, muss ich sagen, oder mich in die Szenerie dann einzufinden. Aber, nichtsdestotrotz, krasse Geschichten. Poe, schon crazy, auf jeden Fall. Und, mein aktuelles Hauptbuch, also, hier bei Poe ist es auch so, das sind ja auch nur Kurzgeschichten, also, das ist sowas, was ich halt auch, manchmal abends, wenn ich einfach in der Stimmung bin, setze ich mich hin und dann lese ich mal eine Geschichte, mache mir noch eine gruselige Musik an oder so, schneide mir einen Tee neben mich und dann lese ich mal eine so eine Geschichte. So, mein aktuelles Hauptbuch, was ich lese, ist Die geheime Geschichte von Donna Tarrit. Ja, wenn man das so sagt. Wir haben hier einen Studenten, Richard Pappen, 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 ich weiß nicht, Pappen klingt komisch, Richard Pappen, der jetzt an eine neue Uni kommt, der kommt auch aus ärmlichen Verhältnissen und da will er griechisch, belegen, so einen griechisch Kurs und da lernt er dann irgendwie vier oder fünf andere Studenten kennen, so eine Gruppe junger Studenten, die nicht nur griechisch lernt, sondern auch den täglichen Alkohol huldet. Aber, er merkt eben auch sehr schnell, also, er kommt da so ein bisschen rein, es ist so ein sehr exzentrischer Professor, der auch irgendwie so sagt, hey, wenn du meinen Kurs belegen willst, dann musst du alle anderen Kurse sausen lassen, dann gibt es nur diesen Kurs und er ist da auch so ganz eigen und hat nur so eine ganz begrenzte Zahl von Leuten in seinem Kurs, nur sechs Leute sind jetzt in seinem Kurs. Er hat schon sehr damit gezögert, überhaupt Richard auch aufzunehmen, weil er gesagt hat, eigentlich bin ich voll mit meinen fünf Leuten, war dann aber ein bisschen fasziniert vom Richard und hat dann gemeint, okay, dich nehme ich mal ausnahmsweise noch mit auf, aber jetzt ist wirklich Schluss und das ist schon irgendwie ganz cool, es ist halt ein Roman, sag ich mal und es ist wieder mal so, dass irgendwie, ich bin jetzt auf Seite 200 und es ist noch nicht viel passiert, es ist nur dieses, diese Situation mit dem Kurs passiert und jetzt lernen wir so ein bisschen halt die Personen auch kennen, wie die alle drauf sind und so ganz langsam passieren halt ein bisschen merkwürdige Dinge, tun sich Dinge auf, die irgendwie in dieser Gruppe passieren, da sind irgendwie Geheimnisse, von denen Richard noch gar nicht weiß, die da brodeln unter der Oberfläche und was natürlich noch eine wichtige Sache ist, am Ende wird scheinbar ein Mord passieren, also das wird auch im Prolog schon klar, der Prolog ist sozusagen wahrscheinlich das Ende, wir sehen, wie dieser Mord passiert ist, also wir sind nach Geschehen des Mordes und dann beginnt die Geschichte weiter vorne, wo Richard erstmal in die Uni kommt und so und man ist jetzt natürlich angefixt, so crazy, wie kommt es zu diesem Mord? Wir wissen auch direkt schon, wer ermordet wurde, aber noch nicht, wie es halt dazu gekommen ist. Das ist ja, man denkt sich ja erstmal, hey, okay, es ist doch nur eine normale Studentengruppe, klar passieren, ein paar merkwürdige Dinge sind, alles ein bisschen weirde Charaktere auch so, aber wie wird es zu diesem Mord kommen? Und da bin ich schon gespannt und es ist ein cooles Buch. Es hat auch ein bisschen seine Längen, es ist schon auch ein bisschen ausführlicher alles beschrieben, aber das finde ich cool. Es geht halt viel auch wieder um die Charaktere, um die Dynamiken zwischen denen. Es ist kein Krimi jetzt in dem Sinne, es ist ein Roman, in dem ein Mord passiert. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ja Leute, und das war es von mir, von meinem Lesemonat Januar 2024. Schreibt mir mal, was ihr von den Büchern haltet. Habt ihr die gelesen? Kennt ihr die? Hab ich euch irgendwie ein bisschen angefixt mit den Büchern? Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Lesemonat, im Februar 2024, oder, ich weiß noch nicht, ob das vorher der Fall sein wird, im Potter Talk vom zweiten Teil. Habt ihr den Potter Talk vom ersten Teil übrigens schon gesehen? Der ist auch mal hier oben verlinkt. Ich habe nämlich im Januar auch Harry Potter nochmal gelesen, den ersten Teil, Stein der Weisen, habe eine Stunde lang darüber gequatscht. Schaut auf jeden Fall vorbei. Ich werde dann jetzt auch mit dem zweiten Teil beginnen und wenn ich den gelesen habe, dann den Potter Talk 2 machen. Der wird dann auch hier erscheinen. Schaut da dann auch gerne mal vorbei. Oder schaut auf Bookstagram mal vorbei, timtime-booktube. Da bin ich nämlich generell sehr viel aktiver, gerade als auf YouTube. Da poste ich nämlich immer nach dem Lesen direkt schon so eine ganz kurze Kritik von, zu dem Buch, was ich gelesen habe. Poste immer so Currently Readings, ein paar bisschen anderes Zeug, halt so was man auf Bookstagram halt macht. Während jetzt hier auf YouTube halt gerade die Spoiler-Talks und die Lesemonate kommen. Schaut gerne mal bei Bookstagram vorbei. Ich würde mich freuen. Und dann sehen wir uns. Bis dahin. Ciao.